Im Vergleich zum Vormonat sind die Preise für Haushaltsenergie um 0,5 Prozent gestiegen. Im Monatsvergleich sticht diesen Monat besonders das Heizöl heraus. Hier gab es im Vergleich zum Vormonat einen relativ großen Anstieg mit plus 2,7 Prozent. Das ist ein Phänomen, das wir zu Beginn der Heizsaison häufiger beobachten, nämlich dass die Heizölpreise in diesem Monat relativ stark steigen. Im Vergleich zum Energiepreisindex stieg die allgemeine Teuerungsrate im Monatsvergleich ebenfalls um 0,5 Prozent. Beide Indikatoren sind somit für diesen Monat gleich. Im Jahresvergleich wirken die Energiepreise preisdämpfend auf die allgemeine Inflation. Diese lag bei 1,2 Prozent, während der EP bei minus 0,5 Prozent lag. Beide Indikatoren Original Untertitelung des ZDF, 2020